Hallo, ihr Volkes. Willkommen zum Pleasure Gaming-Kanal von Don Rico Fierabiertz. Ich habe dich nicht gekannt, als du gelebt hast. Dein erstes Leben, meine ich. Du bist vor meiner Zeit auf einem Schlachtfeld gestorben. Doch etwas Besonderes hat uns zusammengeführt. Man nannte ihn den Reisenden und mit seiner Ankunft änderte er eure Welt für immer. Es war ein goldenes Zeitalter. Jahrhundertelang ging es der Menschheit prächtig. Doch auch dies musste enden. Ein uralter Feind folgte dem Reisenden durchs Universum. Die Menschheit stand vor ihrem Ende. Doch der Reisende traf eine Wahl. Sein Opfer zerstörte den Feind und schenkte den Geistern Leben. Ich bin ein Geist. Wichtiger noch, ich bin dein Geist. Und du bist einer der Auserwählten des Reisenden. Du bist ein Hüter. Dies ist dein Schicksal. Dann lockst du dich da rein. Was ist das? 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 Nein! Mhm, ja. Was ist das? 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 Aha. Die Vorschau verstauen. Also die Wolte in dem Fall sind die Tresor. Hm. Das krönt nicht so. Aha. Okay. 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 Ja. Schön. Ich würde ja an deiner Seite kämpfen, wenn diese Grünschnäbel nicht die ganze Zeit... rum habe ich drückt. Aha. Aha. Du bist es. Du bist es. Du und ich waren zusammen als der Turm in Flammen stand. Und nun bist du hier. Dein Licht brennt uns einem Pfad, der dir viele Schlachten bringen wird. Schlachten, die nur du gewinnen kannst. Ja. Der Schmelztiegel von Lord Jacks wird dich vorbereiten. Sollte dir in meiner Arena ein Titac? Auch Stahl muss geschärft werden. Lass dich nicht zulassen. Wieso können die Frischlinge im Schmelztiegel nicht mehr so sein wie du? Oh. Ja. Wow. Ja. Ja. Ich bin einer der Guten. Man sagt, dass die Kabale dich respektieren und fürchten. Ich... Ah. Mein Liebling. 1420, gar nicht. 1650. Ja. Viel Glück da draußen. Das hier wird von Nutzen sein. Ja. 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 Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020